hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge hör mal wer da hemmert und mit dabei sind heute chris kai und maddie das thema heute ist halloween erstmal gar nichts sein ich glaube kürbis baut jeder kürbis ja so wie soll man das in drei minuten bauen alter kürbis ja schon your english is not the yellow from the egg aron könnte auch locker bei bei tropico die stimme machen halt von el presidente das ist schon mal vorbild eigentlich auch ist recht lustig ja da ist es game you only live online hat das game geläftet er ist schon ein bisschen schade eigentlich auch mann ich baue halt mit so richtig schwierigen materialien was denn wolle ne obsidian obsidian hat der mal überlegen was ich baue mit dem gerät knallhart fein hart wie ein rocker alter ey was haben wir noch vorhin gesagt man fand ich mal zehn minuten ich singe nicht mehr ja dankeschön war das richtig schwierig ein spooky face gruselig natürlich darf dann auch kann man hier auch irgendwie nacht machen oder so ja ja die monobraue darf nicht fehlen kann man denn keine ahnung musst du bei diesem diamant einsteigen womit jetzt das noch oh das ist ja hier echt richtig heroid mäßig nice also wenn das kein amazing bekommt mit jungs dann weiß ich auch nicht die scheiße ist ja so die kürbisse ach doch so geht's ja ja du kannst ja die kürbisse nicht einfach so hinpacken die kürbisse die kann man ja nicht so in die luft setzen die muss man schon bauen oder was ja nee du kannst nicht einfach so in die luft setzen du musst halt im untergrund haben das ist halt kürbisse das ist halt kacke so ist es jetzt dunkel toll es ist voll nicht dunkel egal so wetter sturm jetzt ist es nice ah nee nur regen der blitz geht mir auf den sack ins flammen ich schaff das nicht mehr ich sehe es jetzt schon ich sehe es jetzt schon das ist schon mal das ist schon mal die items zu finden gut Kai hast du noch mc auf englisch oder deutsch alles klar alles klar hey Aaron wann bist du raus ey Aaron was da los hä mein server went down steht hier ja aber von vier sind gerade raus die server you were previously on went down you have been connected to a fallback server mann ich hab so ne gute Sachen gebaut scheiße jetzt können wir dich nicht runter borden ah scheiße bin ich noch dabei irgendwie warte ich geh rein ne ne also du hast hier gequittet so vielleicht kannst du hinterher joinen müssen noch 6 leute welcher server ist denn das ok time is up warte 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 welcher server war das ich hab 11 aber ich bin nicht mehr sicher da steht auch rechts ja ne da steht noch mein flex und dann wird die das nix ach nein oh was ist das ok heftig ich nehme jetzt server 17 ne hier werden irgendwie pflanzen gebaut server 11 server 11 oder so 11 boah war das dort 11 was ist das denn warte das könnte meins sein es ist meh 11 ja halloween ok was haben wir hier hey du bist wieder da ja ich guck jetzt einfach zu ist mir egal nimmst du weiter auf oder was ja klar hör was das denn meiser bleeding meiser bleeding ha 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 hä was ist das das ist mein alter was wenn das nicht explodiert ne ja sicher das ist kais das ist ein okay also meister bleeding jungs meister bleeding warum hat das das hast du geschafft in vier minuten ist nicht 2d mann ist das teils wenn das nicht explodiert da redest du die ehre so ein bisschen war die jawohl wo ist das wahrscheinlich raus aus der wertung meins wird rausgepackt ja guck mal wir haben sowieso nur mit vier leuten gespielt warum ist da ein schlitten santa fährt bei euch auch der schlitten weg voll traurig ohne geschenke das ist ziemlich traurig werden jetzt gewonnen überhaupt nicht schlecht so danke fürs zuschauen und dann sehen wir uns bei der nächsten folge wenn es wieder heißt hör mal wer da hemmert abschalten